Jetzt hab ich aber langsam die Schnauze voll, du schwäbische Spätzle-Scheiße! Ach komm, halt doch dein Maul, du fränkische Nougat-Kerbe, du kackst doch, Chicken McNugget! Ich komm gleich rüber, du Analberg-Steuche, du! Mach mich halt an, du Tripperkönig von Nürnberg, ich scheiß dir deinen Kofferraum zu! Dann komm ich rüber und vöchle in dein Obel rein, bis er aus Puffrostig ist, du! Du lässt, Felix, dein Lümmel aus meinem Astra, sonst muss ich dir deine Hodensackhaare einzeln abwackeln! Kennen Sie das? Sie müssen Ihren täglichen Nachbarschaftsstreit um 18 Uhr wegen des Lärmschutzgesetzes unterbrechen? Damit ist jetzt Schluss, denn jetzt gibt es die schalldichten Nachbarschaftsstreitboxen!